Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Lost. Wir müssen gerade jetzt zusammen den Hund töten, du musst raufschlagen. Wir schaffen das zusammen, ist nur ein Hund. Nicht die ganze Schlagen, nicht die ganze Schlagen. Nein, meine ich, meine ich. Pass auf, dass du keinen Schaden bekommst. Nein! Mann! Wir waren zu unvorsichtig. Alles ist sofort kaputt. Wir waren so gut und dann machen wir so einen blöden Chest auf, alles explodiert. Jawohl. Ja! Okay, was ist das für eine Creeperstadt? Ich baue die ab. Reston. Ja, da war ganz nichts. Was ist denn? Ja, das waren unsere Sachen, aber nur Kack-Sachen. Was ist da drin? Hier ist noch ein Grabstein, warte. Ja, das ist einfach nur von mir gerade eben, glaube ich. Nein, da ist alles drin. Was, echt? Als ob wir wirklich noch alles haben. Ja, wir haben alles noch. Oh. Oh, nice. Nimm den ganzen Sand mit, den können wir gebrauchen. Okay, okay. Oh Gott, oh Gott. Ich habe sogar eine Enderperle noch. Hast du auch Enderperlen? Ah, Hunde, 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 Hunde. Ja, okay, ich habe... Komm, schnell, komm, komm, schnell. Einfach mit, komm, einfach mit. Das ist nur ein Hund, das ist nur ein Hund. Ja, ja. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe einfach. Ich würde einfach weglaufen. Nein, 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 der rennt jetzt an mir her und ich laufe rüber und schlag den einfach. Okay, ich komme hinterher. Du musst mir helfen, du musst die Tür aufbauen. Ja, ich komme, ich, ja, ich laufe dran vorbei. Komm, wir laufen, komm, wir laufen, komm, wir laufen, komm, wir laufen. Tür ist auf. Komm! Ich komme rein, ich komme rein, ich komme rein. Ah, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Ja, ist zu. Oh, wir haben es geschafft. Oh, wir haben es geschafft. Hast du Saplings? Ja, ich habe... Hast du Slime? Oh Gott. Ich habe Slime, habe ich nicht. Ja, dann haben wir nicht alles. Aber egal, wir haben die wichtigsten Sachen. Wir müssen mal eine bessere Position bauen, wo man einen Baum hochziehen kann, glaube ich. Wir wollen ja eigentlich draußen eine bauen, wenn wir jetzt nicht gestorben wären. Ja. Ich spame rechts, ich sehe die Erde nicht. Hast du die gedroppt oder hast du die gelegt? Nein, die liegt da drin. Leakt oder gebaut oder gedroppt? Warte, hier, pass auf. Die ist hier drin, da, hier wo ich stehe, hier. Ich sehe dich nicht stehen. Da einfach placen jetzt. Ah, jetzt, okay. Ja, scheiße. Es geht nicht. Ja, der, weil der Block hier wahrscheinlich ist. Ah, Mann, hast du noch gar... Bitte, bitte sag, dass du noch Powder hast. Ja, habe ich noch. 18, 13 Stück. Ich glaube einfach, dass wir die Falle hier oben bauen sollten, anstatt da unten. Wir können natürlich jetzt alles umbauen oder einfach das nützen, was wir jetzt gerade haben. Anders geht es ja nicht. Ja, da hast du schon recht. Wir müssen dringend ein, dass hier irgendwie umbauen, das automatisch funktioniert mit den Kakteen, weil sonst sind wir immer am Arsch. Das Ding ist, wir müssen uns voll essen, damit wir mal mehr, damit wir unser Leben voll bekommen. Ja, ich habe noch anderthalb Leben, ne? Das ist so traurig, was wir machen, ey. Richtig traurig. Jetzt ist der Tag, jetzt ist der Tag, jetzt ist der Tag. Okay, okay. Weil Leute, hier schaut es euch an. Wenn wir diese Challenge gleich endlich fertig haben. Wir brauchen hier nur noch ein bisschen Staub und dafür müssen wir neue Hammer machen. Und dafür brauchen wir halt Holz. Wenn wir das fertig haben, dann bekommen wir einen Chance-Küpfel, das ist was Geiles da drin zum einen. Wir brauchen auch ein neues Knochenmehl. Und vor allem können wir dann die Challenge hier machen, also die Quest hier, Drinking Dirt. Und da müssen wir einfach nur vier Eichenfässer machen, worauf wir auch wieder Holz. Und dann können wir eine Dirty Water Bottle machen. Und dann haben wir, die besteht nämlich einfach nur aus Erde und einer Flasche. Und dann kriegen wir mal dreckiges Wasser. Und mit Sicherheit können wir das irgendwie zu Wasser machen. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Und dann hier Need Water, als das nächste was kommt. Dann müssen wir ein Oak Crucible machen. Dann können wir, äh, und da tun wir Sachen rein. Dann wird das zu Wasser. Und dann kriegen wir Clay Bucket und dann Boom. Also was machen wir am besten? Was ist dein Plan? Also wir brauchen als erstes, bis wir draußen in leichter Entfernung, bauen wir jetzt erstmal Holz an. Das Allerwichtigste. Äh, okay. Ich brenne halt, ne? Also was soll ich denn machen? Geben wir mal bitte das Dirt und den Zapling. Die Zaplings, genau. Alles hergeben. Wie viele Zaplings hast du? Zwei, okay. Wieso stirbst du nicht wegen jetzt? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe, ich habe... Mach die Tür auf, mach die Tür auf! Ja, komm, Tür ist auf, Tür ist auf, Tür ist auf, Tür ist auf. Ich sterbe wegen Hitze. Hä? Was soll ich tun, Sander? Der hat sich in eine andere Position im Wasser. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal in den Keller. Das ist der Sandsturm. Aber kriegst du auch Schaden dadurch? Ja, ich kriege jetzt auch Schaden. Als ob wir jetzt dadurch nochmal doppelt sterben. Nein. Ja, ich werde kühler, ich werde kühler. Also ich wurde kühler, aber es ist immer noch zu heiß. Aber ich sehe, wie es kühler wird. Ja, ich auch. Ich auch. Aber es hilft nicht, weil ich habe nur noch ein Herz. Bei mir ist gut. Mal gucken. Ein Herz? Isst dich voll, isst dich voll. Ich habe nichts zu essen. Ich habe alles schon längst... Achso, ich habe was zu essen. Ich dumm Kopf. Okay, ich scheine zu überleben. Alter, wie knapp! Diese Folge ist hart am Limit, ey, wirklich. Oh, ja. Okay, wir müssen dringend das Holz abbauen, bevor es weg ist. Du musst... Deswegen meine ich, ich gehe ein bisschen weg hier von, weil dann kannst du... Dann sind die nicht alle hier so nah dran gelockt. Und pass auf in den Hunden, da sind Hunde. Und mach bitte immer zu, nachdem du gehst. Ich habe einen Baum. Sehr gut. Das Ding ist, Zander, wenn man diese Hart-Container isst, dann bekommt man ein extra Herz dazu. Wegen Hitze. Ich muss aufmachen, bitte. Ja, ist... Komm. Sorry. Ah, okay. Ich habe den abgebaut. Ich habe jetzt vier Holz. Vier Holz? Eine Sache, die ich gerade mal mache, ist, hier überall Kakteen hinzustellen. Einfach, weil die wachsen ja auch. Und dann können wir die einfach demnächst mal einsammeln in unserer Nähe. Okay. Scheiße, das ist halt ultra heiß. Ich muss auch jeden Moment zurück. Ich werde jeden Moment wieder Leben verlieren, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen, ja, ich sollte zurücklaufen. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Aber es ist auch so ein kleines Minenfeld. Weißt du, die sterben dann vielleicht auch welche. Wir haben jetzt auch wieder Sebrings am Start. Wir haben auch noch Baumil drin. Ein paar Baumil haben wir noch, oder? Wollen wir die nicht einsetzen? Ne. Wir haben keinen Baumil mehr. Ach, schade. Schade, schade. Okay. Wir haben fünf Strings. Wir haben sieben Strings. Wir haben nur noch zwei Strings. Das sollten wir eigentlich auch versuchen, bevor Nacht ist. Eigentlich müssen wir es versuchen, bis Nacht ist, oder? Ja, versuch. Ich muss den ja abkühlen. Ich muss den ja abkühlen. Fuck. Was ist los? Ja, klappt. Wir müssen ein Schwerter machen. Jetzt, wo wir ein bisschen Holz haben. Hast du Holz? Kannst du mir dropen nach hinten? Versuch gerade, die Falle zu bauen. Ich weiß, aber deswegen, dass wir uns gerade das alles noch schaffen, bevor Nacht ist. Weil in zwei Minuten wird es wieder dunkel. Ja, aber die Falle ist ja auch wichtig wegen Essen. Weißt du? Genau, aber wenn du mir einmal das Schwert gibst, dann hätten wir ihn schneller töten können. Ey, wir brauchen nur ein bisschen Holz für das Schwert. Hier, hier, hier. Sorry. Ach, verdammt. Da habe ich jetzt gar nicht gecheckt jetzt. Alles gut, alles gut. Versuch konzentriert jetzt. Ich habe den Schwert gedroppt. Kannst du dir den nehmen? Hab ich? Nee. Drop nochmal, bitte. Ja. Bekommst du Schaden wegen irgendwas? Ja, habe ich. Okay, es ist nicht mehr so heiß. Ich habe kein Wasser mehr. Das ist mein Problem. Oh, fuck. Ja, Erde, 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 Erde. Du brauchst eine Erde. Du brauchst eine Erde. Komm her, komm her, komm her, komm her. Eine Erde. Wie viele Kakteen haben wir denn? Komm bitte einmal mit zum Schlipsdorfer. Ja, ich bin da. Einmal die... Nimm die Erde von draußen. Du musst eine abbauen. Und nimm die Flasche, die hier drin ist. Nimm die kleine Flasche unten. Das geht nicht mit dieser Ding ins Erde. Nein, eben, deswegen sag ich... Jetzt habe ich die Erde. Hier, hast du die Flasche? Ja, die Flasche habe ich. Ah, gut. Dann nimm unten da draußen eine der Erde, wo die Bäume drauf sind. Es geht nicht anders. Ja, warum geht das denn nicht mit einer anderen Erde? Sonst stirbst du einfach. Mach einfach. Da steht drauf, dass es eine, keine Ahnung, irgendeine komische Erde ist. Oh Gott, das ist ja toll. Die Erde hat sich hier verwandelt wieder. Was? Ja, zu so einem Ding, ein Hüpfer da. Warum hat sich die Erde verwandelt? Weil das, keine Ahnung, weil das einfach dumm ist. Dieses Spiel, ey. Nimm die Erde, nimm die Erde, sonst stirbst du. Ja, aber dann haben wir keinen Holz. Doch, wir haben innen noch eine Erde. Wir haben innen noch eine Erde. Nimm die. Ja, dann hol die raus. Hol die raus. Wir müssen unbedingt den Baum anpflanzen. So, los, mach. Ah, nee, ist auch so eine Kackerde, glaube ich. Nee, geht. Okay, gut. Dann trinkt das, dass du stirbst. Und jetzt hilf mir. Wir müssen nämlich nur noch zwei von denen finden. Das müssen wir jetzt schaffen, bevor die Sonne untergegangen ist. Was, zwei Fehler? Allerletzte Sekunde. Wir müssen zwei Strings finden. Sonst kommen wir niemals weiter mit unseren Challenges, wenn wir das nicht machen können. Komm schon, komm schon. Irgendwas hier. Gute Nacht. Ja, ich sehe es. Ja, das bringt nichts, ey. Scheiße. Wir kommen auch zurück. Unsere zwei auf den Rückweg. Geh lieber zurück, nicht das jetzt direkt bei uns spawnen. Geh lieber, mach dich sofort auf den Rückweg. Wir dürfen kein weites Leben verschwenden. Leider auch nichts bekommen hier. Ey, so ein Pech. Wieso spawnen kein Instinkt? Du hast auch kein Strings-Inventar, ne? Nee. Nur zwei Stück brauchen wir. Okay, aber wir haben immerhin ein bisschen Holz jetzt bekommen. Wir haben aber wieder keinen Baum angepflanzt. Alter, jetzt geht die scheiß Ratte auf mich los. Die Ratte werden aggressiv. Bei Nacht, oh fuck. Geh einfach schnell rein. Geh einfach schnell rein. Warte, nein, nein, nicht zu. Komm nach, komm nach, komm nach. Du hast gesagt zu. Ich dachte schon, hä? Aber du musst doch auch rein. Nicht zu rein, habe ich gesagt. Okay, gut. Also das haben wir schon mal. Abkühlen, okay. Wie viel Holz haben wir? So, ich habe jetzt nämlich nochmal Kakteen eingesammelt. Mit dem können wir nochmal einen Dirt machen. Ja, alles gut. So, ich habe anderthalb, ich habe jetzt Wasser. Wir können uns abkühlen jetzt erstmal. Ja. Wie viel Holz haben wir, damit wir die eine Challenge fertig machen können? Ich habe kein Holz mehr. Was? Das war alles, was wir bekommen haben? Ich habe ja nur einen Baum abgebaut. Scheiße, ja, ja, okay, okay. Deswegen, wir haben mega viele Saplings, aber wir haben keine Bäume angebaut, weil ich sie gebraucht habe für Trinken. Holzhammer kostet, ich kann einen einzigen Holzhammer machen. Ich habe jetzt einen gemacht. Ich baue jetzt mit dem Sand ab, ja? Ich glaube nicht, dass es reichen wird, Leute, weil wir brauchen insgesamt 40 und wir haben 26, das heißt 14 Stück müssten wir machen. Ich glaube, es reicht ganz knapp nicht, weil dieser Hammer ist so ultra schnell immer kaputt. Aber ich baue mal ab, ich nutze jetzt, ich versuche alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ne, schaffen wir nicht, sieben, acht, neun und zehn werde ich machen. Vier Staub brauchen wir nur. Fünf, fünf, fünf Staub. Fünf Staub brauchen wir. Alles, was wir brauchen, sind fünf Staub. Als ob, das kann doch nicht sein. Doch, unsere Falle, unsere Monsterfalle klappt aber, glaube ich. Okay, wie funktioniert die jetzt? Die kommen hier rein. Ja? Dann können wir die da oben drauf töten. Ich muss die nur ein bisschen noch verbessern, glaube ich. Aber die kommen ja nicht rein, ne? Doch, doch, die kommen gleich. Pass auf. Wir wissen es doch noch nicht. Na, ihr Zermis. Wie geht's euch? Na? Ja, ihr müsst hier rumkommen, Leute. Ihr müsst hier rumkommen. Ey, hier steht einer. Hinter dir ist einer. Vorsicht. Ah, die Geharren hat immer wieder ab. Ja. Ey. Habe ich sie geschlagen? Jetzt kannst du, jetzt kannst du machen. Okay, sorry. Wir müssen auch die Haltbarkeit des Schwerts haben. Man, hätte ich mal, na gut. Aber wir brauchen ja auch die Schwerter. Das ist so blöd, dass man so wenig Holz aus dem Baum rausbekommt, aber. Du musst aufpassen, du kriegst Schaden, ne? Ja, ich weiß. Ich habe noch ein bisschen Fleisch, um mich gleich hochzuhälen. Ich habe da auch kein Trinken mehr. Kannst du mal Kakteen reintun ins Fass? Warte, Achtung. Ich glaube, einmal dich durch. Ja. Ich habe, äh, hast du noch Kakteen? Äh, ich glaube nicht. Ich habe alle gesetzt, die ich geholt habe. Ja, ich auch. Äh, du kannst auch Laub reintun, aber Laub haben wir auch nicht, ne? Ne. Aber kein Eisen für eine Schere, ne? Ne, ne, man macht das mit dem Stahl. Aber wir haben einen Dirt, haben wir noch. Okay. Einen Dirt. Aber das ist halt immer dieser... Ach, ne, warte mal. Das ist jetzt normaler Dirt. Okay, ich könnte jetzt... Hast du Wasser? Wasser, ne Flasche habe ich. Hast du noch ne Wasserflasche? Ne Wasserflasche haben wir. Also ne leere. Leckiges Wasser. Ne, ne, habe ich nicht. Wie viel Fleisch hast du noch? Ich glaube, ich brauche jetzt eins. Ja, ich, 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 gib mir die Erde, gib mir die Erde, ich sterbe sonst. Hier. Habe ich sie? Achso, da schon. Okay, hier. Danke. Ist kacke, aber man muss halt trinken. Ja. Ihr habt keine Vergiftung bekommen, das ist schon mal gut. Okay. Das sollte wieder für ein bisschen was reichen. Brauchst du Essen? Äh, ja, jetzt gerade noch nicht, aber gleich auf jeden Fall. Ich hab dir ein bisschen was zugeworfen. So, wir machen das einfach so, dass wir diese Cursed Earth da einfach dann nehmen zum Anbauen. Genau, genau, genau. Von Bäumen und den Rest nehmen wir dann zum Wasser machen erstmal. Bis wir dann Wasser haben. Vielleicht baut sich auch besser an auf den, auf dieser Cursed Earth, das ist irgendwie besser drauf, der Baum wächst, weißt du? Könnte das sein? Kann ich echt nicht sagen. Lass mal versuchen, ob wir hier einen Baum anbauen können, weil hier ist heller. Lass hier mal ein bisschen ausbauen, okay? Hilf mir mal hier mal. Äh, ja, okay. Fleisch haben wir jetzt genug eigentlich, ne? Ja. Und wenn ich... Meinst du, hier willst du einen Baum anbauen? Ja, willst du aber, weil es hier ist viel heller, viel heller. Deswegen, hilf mir hier oben ab, alles abzubauen. Lass mich hier ganz kurz rausgucken. Ja. Weil das kann ja sein, dass der... Was macht? Achso, du baust oben ab alles, ne? Ja, ja, wir brauchen nur den Platz hier. Deswegen. Was ist denn mit dem Baum, der da hinten gepflanzt ist? Meinst du nicht, dass der... Über Nacht? Wahrscheinlich nicht. Aber selbstverständlich, wir brauchen jetzt Holz, um weitermahnen zu können. Wir sind vier Staub davor. Wie bitte? Hast du dich abgekühlt? Ja, ja, genug, bin... Aber danke fürs dran erinnern. Ähm, hier, lass hier einfach mal ranbauen, okay? Ja. Bauen wir mal bitte das hier auch nochmal alles ab. Ja. Drum, um dass wir sozusagen einen tiefer noch kommen können. Also wir laufen wirklich immer am Limit, ne? Das ist wirklich immer so hart an der Grenze, alles, was wir machen, ne? Ja, kurz vorm Tod immer auf jeden Fall. Es ist nicht eine Sekunde so, dass man denkt, so, yo, wir haben jetzt safe so ein bisschen Luft oder so. Ja. Aber wir sind die ganze Zeit am Limit, ey. Kannst du den Block, der links neben mir ist, also von dir aus rechts einmal abbauen, weil dann baue ich hier, aber würde ich die Erde hinsetzen. Ja, warte, ich bin hier gerade dran. So. So, jetzt. Darf ich einmal die Erde reinballern? Ja. Ja, wir haben hier unten noch Erde, ne? Ja, ich will auf jeden Fall Cursed, Cursed, äh, Earth holen. Hast du die? Oder ist die hinten drin? Äh, ja, ich habe hier unten die, äh, warte mal, kann das sein, dass deswegen der Baum da drauf nicht wächst? Ne, dass das, vielleicht braucht man eben diese, diese grobe Erde, die ich ja extra jetzt hier nochmal gemacht habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, und jetzt bauen wir den hier mal, äh, jetzt, ah nee, wir haben ja keine Bonenmiel mehr, ne? Ne. Ach, nein, ich dachte, wir haben ja Bonenmiel. Also mit Bonenmiel kann ich mir vorstellen, den bauen kann, aber hilft mir trotzdem mal da oben alles abzubauen, was, was hier denn sozusagen, ähm, noch da im Weg ist. Genau. Da sind noch so ein paar Chisselblöcke, nämlich. Also nicht die Decke. Na, das muss irgendwie ab. Ja, hier haben wir jetzt nochmal hier unsere ganzen Kumpane, die sind hier alle am Stitzel, ne? Dann bauen wir das einfach mal alles hier ab, oder was? Mhm. Das sind Lampen. Was, Lampen? Das sind Lampen. Ja, perfekt, dann stell dir den nach unten hin. Guck mal, der ganze Keller ist ausgeleuchtet jetzt. Was? Ja, das sind einfach Lampen. Als ob. Hä, was sind die Lampen? Ach, das kleine Teil da. Ah, Licht. Ach. Och, Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein, dass wir jetzt erst darauf kommen. Oh, Mann. Ey, wir beide, ne? Wir haben einfach so Glück. Wir brauchen halt jetzt mal ganz dringend irgendwie hier... Ich meine, gut, ist gleich wieder Tag. Ja, ist gleich wieder Tag. Wenn es gleich Tag ist, müssen wir draußen mal anbauen hier wieder. Dass wir endlich aus diesem blöden Staub zurechtkommen. Ja, hier unten kommt nix hin eigentlich, ne? Ich habe mal hinten einen Kaktus abgebaut. Ich kriege gerade Schaden, weil ich keinen Trink mehr habe. Ich, äh, warte jetzt mal ab, weil ich glaube nicht, dass man verdurstet. Okay. Sicher, dass du nicht verdurstest? Ich habe keine Ahnung. Kühl dich auf jeden Fall hier ab, ne? Ich bin komplett runtergekühlt. Weiter geht's gar nicht. Das Ding ist halt, ich kriege zwar Schaden, aber der löst sich, äh, der geht halt relativ schnell wieder, äh... Dann ist was das... Genau. Wenn du voll gegessen bist, ist das egal. Wir müssen halt einfach noch mehr Dinge töten. Ja, ich glaube, es wird jetzt gleich wieder Tag. Ja, dann müssen wir sofort den Baum, müssen wir sofort den Baum holen. Es sind da gar keine Skelette da, um noch Baum hier zu bekommen, ne? Ich gucke nochmal in unsere Quest rein, was wir noch alles hier haben überhaupt. Wir brauchen keine Skelette. Auch aus diesen, äh, Heuballen kommt manchmal auch Knochen raus. Ah, okay. Dann müssen wir einfach ganz viele Knochen, äh, Dinger holen. Mhm. Ähm. Und other options, wir müssen Seidenraube bekommen. Aber wie bekommen wir denn Seidenraupe? Und gekochtere? Wir können ja die Blätter abbauen mit diesem komischen Werkzeug, was du hast. Aber das dürfen wir jetzt nicht verschwenden. Ja. Das Werkzeug habe ich hier. Das ist ein anderes Werkzeug. Aber das habe ich hier. Wenn wir das nächste Mal einen Baum haben, müssen wir das benutzen. Ach, dieser Baum... Oh, hier ist ein Dings drin, den müssen wir holen. Mal gucken, was drin ist. Ja, zwei Stück sogar. Noch einer? Hey, komm. Ach, nur Federn, nur Federn. Bekommt man denn in irgendeiner Form aus, aus Seide irgendwie... Äh, nee, wie heißt denn diese Seide nochmal? Fäden, ne? Äh, sieben Strings haben wir jetzt. Die brauchen noch zwei Strings, dann... Aber ich muss dringend auf Englisch wieder umstellen, Leute. Ich komme nicht klar damit. So, Faden. Nice, eine Karotte. Nice, nice, sehr gut. Und noch Rüstung. Fäden bekommt man aus Fäden halt. Du hast ein Rüstungsteil. Du hast ein Rüstungsteil bekommen? Ja, da hast du ein Rüstungsteil gedroppt. Oh, nice. Ja, was wollen, geh hin. Was ist das für eins? Eine Jacke ist das. Ja, zieh sie auf, will ich mal sagen. Ich kann, äh, scannen. Äh, kühl die nochmal runter. Ah, nee, man kann sie nicht mehr runterkühlen, glaube ich. Jetzt wird sie wieder wärmer. Okay, aber jetzt ist Tag, jetzt können wir gleich wieder rausgehen. Guck mal, auf dieser Seite kam man immer ziemlich einfach raus. Eine geile Jacke zahnt hast du auf jeden Fall aber da am Start. Ja, korrekt, ne? Und du hast die coole Sonnenbrille und ich hab die Jacke. Oh, Mann, ey. Ich bin gerade so konzentriert die ganze Zeit, weil ich einfach nur Angst habe, dass sie jetzt irgendwie wieder irgendeinen Fehler machen. Wir haben jetzt so viele Fehler gemacht, so Kleinigkeiten, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Ich hab immer so großen Einfluss halt. Mann, ey. Hast du noch Sätzlinge mit? Oh Gott, da ist ein Element. Jetzt schon raus? Äh, ja, ich hab drei Sätzlinge mit, aber ich hab keine Erde. Hast du Erde? Äh, ich hab eine Erde, ja. Okay, ich würde schon raus, ja. Ja, dann let's go. Aber wieso kriegst du schon? Da ist ein Zombie hinter dir, hinter dir ist ein Zombie. Ich krieg die ganze Zeit Scham, weil ich noch Durst hab. Ach ja, nicht, dass das irgendwie stimmt. Aber ich, nee, ich komm dagegen an. Okay, ich esse auch nochmal ein verratetes Fleisch voll. Ich hab jetzt kein Fleisch mehr. Ich will jetzt einfach sofort weglaufen, okay? Kommst du sofort mit? Ja, ja. Und go. Vorsicht, dass du nicht runterfällst. Ich lass das auch einfach auf, ne? Ja, ja. Lass einfach ein bisschen weiter weglaufen, dass die weglocken vom Schiff, okay? Oh, das sind ultra viele, weil die waren alle in meiner Falle unten. Oh. Boah, Alter, was? Ich krieg jetzt auch Schaden und ich bin ziemlich sicher, dass ich es wegen Trinken bekomme. Wegen Hitze oder wegen Trinken? Nein, wegen Trinken. Aber was soll ich machen mit dem Trinken? Was denn hier blau ist eigentlich? Das ist nur gemeisterter Stein. Ey, nicht, dass ich jetzt sterbe deswegen. Geht gerade komplett außen rum. Hier, alles einsam, alles einsam, hier sind Bones, wir müssen die Bones einsammeln. Ja, nimm die mit, ich bin jetzt komplett anders gelaufen. Okay, solange du sicher bist, pass immer auf Hunde auf. Wir können Kakteen mitnehmen. Und die ganze Zeit essen, damit du dein Leben wieder voll bekommst, ne? Ich kann gleich allerdings hin. Ich hab kein Essen mehr, aber alles gut. Sicher, dass du nicht stirbst? Nee, bin ich nicht. Aber ich krieg das schon irgendwie hin. Aber wenn du diese Bäume abbaust, diese kleinen, da kommen auch Sticks raus, ne? Okay. Ja, bringt uns nicht super viel, aber ein bisschen was. Ja, dann brauchen wir keine Sticks aus Holz. Ja, stimmt. Alter, wie man sich um diese Mini-Kleinigkeiten jetzt so ein Sorgen machen muss. Da vorne ist ein Hund, Leute, müssen wir aufpassen. Also, ich hab ziemlich Angst, dass ich sterben werde. Ja, da kommen echt Sticks raus. Teilweise. Teilweise, nicht immer. Ja. Das kann doch nicht sein, dass wir in so einer Scheiß hier sterben. Wir sind halt mittlerweile auf difficulty 6 auch schon, ne? Das steigt halt immer weiter hoch. Bauen wir nochmal mehr Kakteen hier vorne überall an, ne? Weil anscheinend gehen die Zombies da dran auch kaputt. Ja, genau. Und dann liegt da überall Sachen dann immer, ne? Deswegen hab ich sie extra dahin gebaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das gibt's nicht. Du bist immer noch verfolgt von irgendwas, ne? Ja. Boah, mein Leben geht aber immer weiter runter und ich hab nichts mehr zu essen. Und der Baum ist nicht gewachsen hier draußen, ne? Ey, ich kann jetzt einen Baum, ich kann jetzt einen Baum anpflanzen hier drin. Wo ist der Baum hin? Du musst den Baum, äh, hast du den Saplings, hab ich den? Hier. Okay, okay, ja, ich geh mit Baumweh drauf. Oh Gott. Ah, Zombie da töten. Achtung, Zombie. Ja, ja. Hop, 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 hop. Du musst ihn ablenken, du musst ihn ablenken. Denk an den Endermann, ne? Ja, ja, der kommt hier nicht, der kommt nicht. Darf man nur nicht angucken. Ja, boah, komm doch noch näher, du Drecksendermann, damit ich nicht mehr schlafe. Er ist gewachsen nach neun Stück, Alter. Nach neun Stück ist er gewachsen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Kann man vielleicht mit twerken auch das machen? Ich wette, da stand tausendmal in den Kommentaren und wir haben es nicht gesehen. Bringt das was? Nee, 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 nee. Hast du noch Fleisch? Nein, hab ich nicht. Hast du Fleisch? Ich auch nicht, nee, ich hab auch nichts mehr. Was, hast du das alles aufgegessen? Ja, ich, sag mal, ich muss ja gehen. Ja, ich weiß, wir müssen ja beide die ganze Zeit. Okay, ähm, ich crafte schnell, was wir brauchen hier. Ähm, ihr habt das Holz gemacht. Okay, wir brauchen hier einen Holzhammer. Holzhammer, Alter, das ist ein bisschen eine XXL-Folge hier, es tut mir leid, aber ich wollte unbedingt mal hier vorankommen. So, ich hab noch einen Dirt, den Fernseher draußen noch an. Ich hab noch einen Holzhammer, hab ich gemacht. Ich könnte noch einen Holzhammer machen. Ich hab zwei Holzhammer gemacht, das reicht. Oh Gott, wie soll ich zwei gemacht? Es reicht ja einer, oh nein. Ist egal, ist egal. Okay, okay, okay. Wir werden ihn irgendwann nochmal brauchen. Hauptsache, wir kriegen diese scheiß Quest jetzt endlich fertig. Okay, so, fast fertig, Leute. Und wir haben, in diesem Moment, hab ich eigentlich genug abgebaut. Ich geh jetzt da hoch hier. Ja, immer schön hier reinstellen. Und ich hol mir jetzt hier die anderen 35. So, wir haben jetzt 40 Staub. Eigentlich haben wir... Oh Gott. Wenn du direkt stirbst, dann am besten nicht ins Hauptwasser stellen. Weil wenn da das Wasser geht... Nein, hab ich nicht. Ich muss noch neue Kunden überleben. Die ist auch. Wir haben nichts reingetan für Erde. Fünf, vier, drei, zwei. Oh. Ich überlebst. Ich überlebst. Du lebst? Okay. Ich schau in die Quest rein. Ich schau in die Quest rein. Ähm, die Quest sagt... The very basics. Kompli, Leute, Leute. Wir haben unser 40 Staub fertig. Hunde, Hunde, Hunde. Claim. Überall Hunde. Wir haben Chance Skip bekommen. Und wir haben Knochenmehl. Nice. Aber wir können nicht raus, das sind überall Hunde. Fuck. Wir haben noch ein Schwert. Wir haben hier einen Rinnenbaum. Okay. Aber das ist mir zu risky, wenn der nicht gebaut wird. Entweder der oder der unten. Na, wir müssen ihn draußen. Wir müssen draußen. Wir müssen draußen. Das ist mir zu risky. Ja, dann halt den. Immer wenn der Staubball drin ist, immer wegmachen. Wir müssen nur ein Schwert machen eigentlich. Was ist denn mit Wasser? Ein bisschen Schwert? Pass auf, für Sticks hier. Nimm die. Ich hab neun Sticks noch. Sehr gut. Dann mach ich kurz noch mal ein Schwert. Willst du auch ein Schwert? Ich hab ein Schwert noch. Okay. So. Weil dann töten wir die Hunde einfach. Die können auch easy töten hier. Wenn die Hunde ankommen, dann töten wir die einfach. Ja, warte mal. Pass auf. Warte, 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 warte. Wir machen das anders. Wo sind die? Die müssen hier irgendwo sein. Wir können das hier so ein bisschen frei bauen, dass wir so rausgucken können. Ich will nur bevor Nacht ist, das sozusagen weitermachen. Auf jeden Fall, Leute, kurz mal, ich stehe wieder ins Wasser ein bisschen abzukühlen. Um kurz euch hier das kurz in der Quest zu zeigen. Ah, wir haben einen Chance. Wollen wir ihn aufmachen? Das ist unsere einzige Chance, dass da irgendwas Gutes drin ist eigentlich. Ja, aber das müssen wir draußen machen. Ne, wir machen uns hier da ganz hinten am Ende, okay? Wir haben schon letztes Mal Pech gehabt. Eigentlich müssen wir jetzt Glück haben, okay? Ja, okay, komm, dann folgst du es. Aber wenn das schief geht, dann haben wir echt ein Problem, ne? Leute, ein Lucky Block für das Ende der heutigen Folge. Wir sind durch so viel durch hier. Jetzt müssen wir doch mal Glück haben. Ich setze ihn einfach mal hier hin. Drei, zwei, eins und... Oh, drei, zwei, eins und... Ja, Mann! Es sind ihr, Mann! Es sind kaputt gegangen! Ja, Mann! Wir sind schon wieder so tot. Am Kaktus. Das kann nicht wahr sein! Also, wir haben trotzdem irgendwas bekommen, ja? Gold haben wir... Ein einzelne Gold haben wir bekommen. Ein Emerald... Ein Smaragd, ja, Emerald. Ein Goldklumpen, aber... Oh, Mann! Na gut, Leute. Das war es für die heutige Folge hier von Minecraft Lost. Vielen Dank fürs Zuschauen. War eine XXL-Folge, aber wir mussten irgendwie versuchen, hier ein bisschen weiterzukommen. Wir sind, wir haben immer noch unsere drei Leben. Wir gucken, ob wir es schaffen. Wir sind immer wieder hier am Verdursten, aber, ähm... Wir sind auf einem guten Weg, Leute. Demnächst... Glaub ich auch. Wenn wir... Demnächst machen wir unser Wasser und dann... Dann werden wir OP, Leute. Dann töten wir ja alles und dann gucken wir mal, wie ihr geschrieben habt, die Umgebung und so weiter und so fort. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen um 15 Uhr zur nächsten Folge von Minecraft Lost mit Zander. Schaut bei Ihnen vorbei. Link zu Ihnen in der Unterschreibung und macht's gut. Ciao! Ciao!